Die Augenringebehandlung, hier sieht man die eine Seite der Behandlung, wo wir die Behandlung bereits abgeschlossen haben und gleich auch auf der anderen Seite, wo wir die Behandlung noch einmal zeigen, die verläuft in der Regel unblutig, man bekommt keine blauen Flecken, man ist sofort gesellschaftsfähig und man sieht sofort das Ergebnis, wenn man allerdings das richtig durchführt. Das ist kein einfacher Eingriff, auch wenn es sich das immer jedes Mal bei uns so einfach ausschaut und gerne zum Nachahmen mal den einen oder anderen verleitet, sollte man hier immer von einem Facharzt für plastische, silische Chirurgie durchführen lassen, der diesen Eingriff auch sehr häufig durchführt.